So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Wir haben heute grünes Licht. Warum? Weil der Hintergrund ja grün ist. Von dem GO Battle League Kampf Spiel Feld Arena Dingsbums. Jetzt möchte ich aber ganz kurz mal was zeigen. Viele haben nämlich gesagt, Ramses, du hast doch letztens GBL gespielt. Kannst du bitte nochmal GBL spielen? Wir finden das immer sehr interessant. Äh, ja, natürlich findet ihr das interessant. Mittlerweile ist jetzt auch schon die neunte Season der GO Kampf Liga angekündigt, ja. Habe ich alles im Community Tab gepostet. Also jeder, der hier auf dem Kanal irgendwie unterwegs ist, sollte mal in den Community Tab gucken. Auf YouTube, der sieht ja alles. Und ich weiß nicht, so viel steht da eigentlich gar nicht. Halt die Zeiträume wieder, waren Superliga, Superliga Remix, Hyperliga, Hyperliga Remix und so weiter. Meisterliga, Meisterliga, klassisch. Dann gibt es eine Mini-Dschungel Cup. Es wird einen Halloween Cup geben. Die bestimmten Kampfabende steht auf jeden Fall alles hier aufgelistet. Die Cups, Halloween, Mini-Dschungel. Auch Belohnungen nochmal. Attackenänderungen. Das ist das, was mir am meisten immer Kopfzerbrechen bereitet. Aber eigentlich auch nicht, denn ich kämpfe immer nur genau mit denselben Pokémon. Deswegen ist ja egal, was sich bei allen anderen ändert. Gucke ich nicht drauf. Ich glaube, ich nehme immer nur dasselbe, deswegen ist mir das alles wurscht. Ab 19, Rang 19, gibt es wieder eine Top-Lade-TM und am Ende zusätzlich eine Top-Sofort-TM. Dann gibt es wieder irgendwelche auf den Ass-Veteran-Experten-Legendären-Rang-Avatar-Items. Okay, brauche ich eigentlich auch nicht. Ich bin froh, wenn ich bis zur Top-Lade-TM komme. Das reicht mir dann. Rang 1 gibt es ein Glurak, Rang 6, ein Nin-Fu. Dann hier FM, Capuno, Wrestler Pikachu. Das ist alles so weit weg. Also ihr werdet euch dafür interessieren. Ich versuche immer nur an die blöde Top-Lade-TM zu kommen. Eigentlich dachte ich, da ist noch was, was ich jetzt irgendwie gar nicht mehr sehe. Irgendwo stand noch was dabei, das ist wohl noch wichtig. Die Ränge sind noch wichtiger als je zuvor. Jeder einzelne Rang, was das genau heißt, wissen wir aber nicht. Wir sind jetzt gerade in der Phase, wo alle Cups verfügbar sind. Also nicht alle Cups, alle Ränge. Alle liegen. Alle liegen. Super, hyper, Meister. Ich werde deshalb in der Meister nochmal ein paar Matches jetzt machen. Und letztens hat einer gesagt, Ramses, wie kannst du denn Giratina spielen, ohne Unheilböen zu nutzen? Das geht gar nicht. Ich habe bei meinem Giratina, nämlich hier Dunkelklaue, Spukball und Drachenpuls. Drachenpuls gegen Drachen. Okay, vielleicht auch Drachenpuls. Ein bisschen relaxer damit und so. Aber sobald da diese ganzen Stahl-Pokémon reinkommen, auch gerade Metagross, sind natürlich Geistattacken richtig cool. Aber bis Spukball mal zum Einsatz kommt, vergeht Ewigkeiten. Und bevor Spukball kommt, habe ich immer Drachenpuls für andere. Deswegen Spukball nutze ich so gut wie nie. Möchte deshalb jetzt mal drauf hören. Möchte Spukball mal ersetzen zu Unheilböen. Und mal schauen, ob mir das jetzt im Meisterliga-Team bessere Dienste erweist. Ich gehe jetzt wieder hier drauf. Ich habe das alles ansonsten wieder hier so eingeplant. Ihr seht, also momentan bin ich hier auf dem Ass-Rang. Das muss aber nichts heißen. 140 Siege bei 240 Kämpfen. Wenigstens mehr als die Hälfte. Und der Vergleich 52.000 zu 273.000. Also diesmal gab es auch saftig Staub. Meisterliga natürlich ausgewählt. Team ist bereit. Togekiss vorne drin. Dank Schilling. Dialga auf 50. Togekiss auf 50. Und das Giratina leider noch auf 40. War ja seitdem noch nicht großartig im Raid. Deswegen müssen wir da mal schauen. Jetzt wollen wir hier mal rein starten. Wollen wir kurz noch ein paar Matches machen. Und mal schauen, wie ich mich diesmal schlage. Habe jetzt eine Zeit lang auch nicht gekämpft. Aber so viel wird sich sicherlich nicht geändert haben. Außer, dass ich eine andere Attacke mitnehme. Aber die Gegner werden wahrscheinlich wieder immer genau das gleiche haben. Ihr werdet viele Drachen sehen. Ihr werdet Relaxo ab und zu sehen. Ihr werdet auch Togekiss und natürlich Metagross und Dialga sehen. Graudon. Ja, schon bin ich wieder überfordert. Graudon, Graudon. Ich gucke immer, was passiert. Melmetal. Ja, da muss ich jetzt wieder wechseln hier. Da gehen wir gleich mal auf unser Giratina. Weil das ja als Geist gegen Metall. Gegen Dings. Gute Dienste leiste. Wir lassen auch mal die Attacke durch. Was will der machen? Nix. Steinhagel. Da lache ich doch drüber. Und wir sehen schon, Unheilböen ist voll. Digga. Warum denn? Wie oft? Wie schnell? Ich verstehe es nicht. Das ist mir schon wieder alles zu hoch. Egal. Aber sonst war immer Drachenpuls eher aufgeladen als Spukball. Jetzt ist Unheilböen voll. Eher als Drachenklaue. Und jetzt habe ich auch das Problem. Wenn der mit zwei Moves einfach zehnmal sein voll hat. Dann müsste ich vielleicht doch mal ein Schild einsetzen. Weil ich sonst tot bin. Aber das eigentlich braucht gegen diese metallischen Pokémon. Beziehungsweise halt Einsätze. Gibt auch viele, die gesagt haben, nehmen Toggerkiss aus der Führung. Das ist richtig mies. Weil gerade wenn du Toggerkiss drin hast. Viele nehmen irgendwelche Stahl-Pokémon. Das bringt dir nichts, wenn du da Toggerkiss drin hast. Palkia. Jetzt hätte ich auf Drache gehen müssen. Klar, wenn Stahl am Anfang drin ist, dann müsste ich Giratina in der Führung haben. Aber es klappt eigentlich oft. Wird das nochmal was? Ne, wird es nicht. Es klappt eigentlich sehr oft, dass ich Toggerkiss drin habe. Und der Gegner einen Drachen drin hat. Er zuerst wechselt. Und ich dann immer hinterher wechseln kann. Das mache ich also sehr gerne. Wir holen auch jetzt wieder unser Toggerkiss rein. Was kann der? Drago, Meteor, Drachenklaue, sonst was? Ich lasse mich mal überraschen. Feuer, Nassschweif. Joa. Stört mich jetzt nicht. Wir sind sehr effektiv. Wir können ihn hier schnell wegmachen. Jetzt holt er bestimmt wieder sein Mehlmetall rein. Ah, ich habe gleich Feuer voll, Bruder. Aber er hat noch ein Schild. Gut, er hat noch ein Schild. Wir zwingen ihn jetzt trotzdem mal, das Schild zu nutzen, weil wenn er es nicht nutzt, dann kommen wir jetzt hier mit Feuer. Und wenn er es nutzt, dann ist es wenigstens weg. Er hat es... Hm. Er hat es genutzt. Er hat kein Schild mehr. Er hat auch gleich keine Energie mehr. Jetzt verlasse ich mich natürlich drauf, dass mein fettes Level 50er Dialga hinten drin so krass ist, dass der ihn einfach umhaut. Und er, egal was er nimmt... Nein, ach so. Er hat ja Groudon drin. Das ist also Boden. Wenn er jetzt ein Erdbeben macht, dann sieht es auch für mich gut aus. Sagen wir mal so. Sehr verworrene Runde. Das ist mir alles so... Am Anfang habe ich gedacht, gut, er wechselt zuerst. Das heißt, ich habe den Vorteil. Und dann kommt er hier mit seinem hässlichen Groudon rein, schmeißt ihn einfach in die Ecke und geht weiter. Also sehr ignoranter Gegner, was er da macht. Aber Togekiss in der Führung, trotzdem hat den ersten Wechsel bewirkt. Das heißt, ich werde Togekiss auch weiterhin in der Führung lassen. Ich freue mich immer, wenn jemand Metagross einsetzt. Denn sobald ich sehe, Metagross ist im Spiel, dann ist das eigentlich ein gutes für meinen Giratina. Melmetal ist halt wirklich nervig. Ich habe noch nie mit Melmetal gekämpft. Ich kann immer noch nicht nachvollziehen, wie es so das 10 Mal seine Ladertage direkt macht. Lehe das wirklich so schnell auf. Das ist mir irgendwie alles zu viel. Jetzt Togekiss gegen Togekiss. Meins ist natürlich höher. Deswegen werde ich, glaube ich, mit dem hier ein bisschen drin bleiben, dass wir uns gegenseitig ein bisschen hin und her batchen. Er wehrt auch nicht ab. Ich werde aber jetzt abwehren, wenn ich überhaupt noch dazu komme. Naja, lädt seine Moves einfach auf. Ich nix, Drache. Ich nehme mal die Yalga. Die Yalga müsste ein bisschen standfester sein, im Gegensatz zum Giratina. Schmeiß den weg! Nein! Was kann der jetzt haben? Nix! Deswegen lassen wir es jetzt durch. Flammenwurf! Obwohl, ich habe selber Flammenwurf auf meinem. Aber ich komme ja nie dazu, den einzusetzen. Egal, der ist weg. Wir haben Kyogre am Start. Ja, Kyogre ist für mich auch eine Bedrohung. Vielleicht hätte ich da aufs Giratina gehen sollen. Mit Drachenklau ein bisschen aufs Kyogre drauf. Oder auch nicht. Er ist weg. Wir sind jetzt wieder hier am Start. Eigentlich brauche ich meinen. Eigentlich hätte ich jetzt auf Unheilböden und so Zeugs gehen sollen. Ja komm, er hat seinen Move gemacht. Weil er seinen Move gemacht hat, wechseln wir mal aufs Giratina. Ich habe jetzt gerade gar keine Ahnung, was ich überhaupt hier mache. Wir haben jetzt auf jeden Fall das. Der macht Schaden. Er hat gerade seinen Move gemacht. So schnell wird er ihn nicht mehr machen können, oder? Er gibt auf. Er gibt auf. Keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Ob das jetzt zum Ziel geführt hätte. Aber er hat es eingesehen. Das bringt ihm nichts. Deswegen geht es direkt weiter. Naja, das Giratina hat natürlich gut Schaden gemacht. Er hätte bestimmt doch aber nochmal einen Psycho-Stoß machen können. Das lädt sich doch auch mega schnell auf. Also blicke ich jetzt noch nicht. Einen verloren, einen gewonnen. Bis jetzt sieht es gut aus. Einen Kampf war schon gespielt. Den musste ich glaube ich für die Forschung machen. Bei einem Gala-Event. Da habe ich glaube ich aber auch gewonnen. Das heißt, bis jetzt steht es 2 zu 1. Ich bräuchte noch einen dritten Sieg. Sieg, damit ich überhaupt Punkte dazu kriege. Und. Wir holen mal hier die Bären schon ab. Ich bräuchte noch einen dritten Sieg, dass ich überhaupt Punkte dazu kriege. Und damit ich vor allem die Pokémon-Belohnung kriege. Denn die ist ja ganz interessant. Ja, ab Rang 20 kannst du ja dann auch die legendären Pokémon bekommen. Der liegt punktemäßig unter mir. Ist aber bestimmt skilltechnisch über mir. Relaxo am Start. Ah. Relaxo. Bei Relaxo habe ich auch immer keine Ahnung, was ich mache. Was kann der? Body Slam. Kraft Koloss. Erdbeben. Kann er Erdbeben. Body Slam. Ich glaube ich lasse das Togekiss einfach drin. Weil das macht mit Charme trotzdem ein paar Moves. Das sieht gut aus. Wenn ich jetzt wechsle. Ich hätte eigentlich gerne aufs Giratina gewechselt. Aber wer zuerst wechselt, verliert. Wir kennen das Spiel. Deswegen niemals wechseln. Immer warten, bis der Gegner wechselt. Der kann ja so lange hier rumhübbeln. Das dürfte mich jetzt auch nicht sehr erwischen. Außer er macht jetzt was anderes. Wer weiß, was der noch hat. Und er hat Body Slam. Ha. Und er wechselt. Auf Metagross. Jetzt. Er hat gewechselt. Ich wechsle auch. Und ich komme jetzt mit meinem Giratina. Und das ist das genau, was ich meine. Ich freue mich immer, wenn die Gegner Metagross nehmen. Denn da kann ich übelst reinhauen. Mit. Mach. Mach ruhig. Mir egal. Ich habe ja trotzdem hier. Ich habe jetzt Unheilböen. Das ist ja extra aus der Community so bestimmt worden. Dass man da. Dass ich da Unheilböen drauf spielen soll. Also nehmen wir Unheilböen. Sind sehr effektiv. Und wenn du jetzt noch was von mir willst. Dann würde ich natürlich auch mal ein Schild einsetzen. Aber er ist vorher schon tot. Na, wie sieht es aus? Willst du aufgeben? Ich bin dir nicht böse, wenn du aufgibst. Das. Voll überheblich, oder? Nein. Er hat ja immer noch Relaxer. Macht er jetzt ein Schild? Macht er nichts? Frisst er den einfach weg? Er frisst ihn weg. Ich nicht. Dafür bin ich tot. Möchte jetzt trotzdem meinen Togekiss reinholen. Würde jetzt aber schilden. Damit es meinen Togekiss überlebt. Weil das Togekiss den wenigstens in die Knie zwingen kann. Aber ich glaube, der hat vielleicht sogar zwei Moves voll. Nicht? Jetzt Dragoran. Und der frisst jetzt Otten nicht. Das sieht gut aus. Aber er hat immer noch. Er hat immer noch seinen Relaxer. Ich meine, wir greifen ja auch mit Drache an. Der müsste auch eigentlich gleich weg sein. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, was. Wir lassen den mal durch. Wir haben ja noch viel Energie. Ich weiß nicht, was Relaxer noch am Start hat. Er hat noch zwei Schilde. Und Relaxer nur noch ganz wenig Energie. Also was will er jetzt mit dem Relaxer noch ausrichten? Eigentlich nichts. Relaxer. Komm rein. Geht raus. Kommt wieder rein. Da blicke ich nicht durch. Aber der dritte gewonnene Kampf. Also den ersten habt ihr ja nicht gesehen. Das wäre auf jeden Fall jetzt schon die Pokémon-Belohnung. Wie hat Schilling gesagt? Beschäftige dich ein bisschen mehr mit den Typeffektivitäten und sonst was oder hin und her. Ja, das würde ich gerne. Aber ich weiß es nicht. Wir haben doch keine Zeit. Ihr wisst, wie das läuft. Jetzt holt er sein dringiges Mal Moodle rein. Ich habe gesagt, wer zuerst wechselt, der verliert. Aber wir haben die Pokémon-Belohnung ja schon im Sack. Das heißt, wir gehen es jetzt hier gemütlich an. Gucken mal, wie das sich auf ihn auswirkt. Er schildet natürlich. Ich weiß nicht. Soll ich schilden? Soll ich nicht schilden? Wenn er jetzt ein Move macht, bin ich direkt weg. Das ist natürlich Mist. Ich bräuchte das eigentlich gegen sein Melmetal. So notkönnte ich vielleicht mit einem Dialga gegen den Melmetal ein bisschen so standhaft sein. Ja, jetzt hat er das durchgelassen. Er hat schon gesehen, dass ich nichts kann. Soll ich jetzt wirklich beide Schilder verbrauchen? Ist egal, was ich reinhole. Der macht mich eh nackig. Und wenn ich jetzt das wieder reinhole... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber der wechselt ja wieder. Ich muss jetzt hier den Kollegen nehmen. Wenn ich aufs Toggekiss gehe, da kommt er ja gleich wieder mit seinem... Da kommt er ja gleich wieder mit seinem Metagross rein. Lawine. Okay. Das ist die Hälfte. Jetzt dürfte er weg sein. Das Schild brauche ich noch. Wir müssen jetzt gucken, dass man gegen ihn näher hat. Knackrack. Wenn er jetzt Knackrack hat, dann lass mir jetzt bitte meinen Toggekiss... Nein! Er kann ja auch noch wechseln. Gut. Das ist jetzt egal. Wir setzen jetzt alles auf eine Karte. Wir hoffen, der schildert nicht. Und versuchen mal, ob wir zum Flammenwurf kommen. Das hätte mir nämlich voll reingebräscht. Vielleicht schaffen wir es zum Flammenwurf. Ne, wir schaffen es nicht. Oder? Doch, wir schaffen es. Aber der hat den Braten gerochen. Der schildert definitiv. Wenn er es jetzt durchgehen lässt. Ja, er schildert. Und er macht natürlich seine Attacken weiterhin voll. Ganz gemütlich. Weil er weiß, er schafft es ja so, mich zu besiegen. Und wenn ich jetzt reinkommen kann, kann er 10x Sternenhieb machen. Und alles ist gut. Und damit müsste er eigentlich schon gewonnen haben. Ich habe auch unter der Hälfte Erdbeben hat er auch noch am Start. Also, ja, Erdbeben. Es ist ja egal. Hat er Metagross? Hat er Erdbeben? Hat er Relaxo? Hat er Kraftkoloss? Oder hat er, wie hier Melmetal, hat er auch Kraftkoloss? Oder irgendwas? Keine Ahnung. Das ist mir alles viel zu suspekt. Und dann gibt es auch noch einen Geronimatz hinterher. Und dann nicht mal Shiny. Ja, hätten sie dir noch einen Shiny Geronimatz hinterher geschmissen. Das wäre es gewesen. Wir sind bei 16 Minuten. Das war theoretisch flott. Wir sind einen 5er Bundle durch. Obwohl ihr nur 4 gesehen habt. Das heißt, wir hängen mal noch ein 2 des 5er Bundle hinten dran. 9 Kämpfe. Das ist heftig. So, wie viel haben wir jetzt hier? 12, 13, 15. 10. Yes. Gestern Abend war übrigens Kampfabend. Was mir nichts gebracht hat. Weil ich nicht gezockt habe. Obwohl es dreifach Staub gab. Aber egal. Wir sind jetzt hier. Wir zocken ja nicht wegen dem Staub. Wir zocken wegen... Ich weiß gar nicht, weshalb ich zocke. Ich meine, zum Wrestler Pikachu werde ich es niemals schaffen. Wegen dem Staub zocke ich nicht. Lin Fu, was neu war, habe ich einkassiert. Legendäre brauche ich auch nicht. Die hole ich aus den Raids. Meine Top-Lade-TM habe ich. Warum zocke ich eigentlich gerade? Ein bisschen mehr... ...kenntnis zu bekommen. Oder was? Jetzt hat er hier Gestein. Habe ich doch wieder keine Ahnung. Aber wir machen gut Schaden. Das heißt, ich bleibe erstmal drin. Ich fliege. Ich fliege und er hat Gesteins-Moves. Da müsste mir eigentlich ordentlich einen reinknallen. Wir warten aber ab. Lass ihn mal den ersten Angriff machen. Dampfwalze. Nicht sehr effektiv. Okay. Jetzt hat er die Yalga. Uuuuh. Verdammt. Jetzt wollte ich rüber aufs Feuer gehen. Aber ich habe immer zu links gedrückt. Und das hat er es schon eingeklickt. Ohne, dass ich jetzt noch wechseln konnte. Er hat es... Er hat es auch nicht abgewehrt. Obwohl... Der läuft so gut. Ich glaube, da muss ich gar nichts machen. Den muss ich aber jetzt abwehren. Denn egal was der macht. Der ist einfach unmenschlich stark. Dieser komische Dude. Eisenschädel knallt rein. Alles andere knallt rein. Schaffen wir es mit dem vollen Move zum nächsten zu kommen? Machen wir Flammenwurf? Machen wir sonst was? Was hat er noch? Es ist was Psychomäßiges. Mewtwo? Ich glaube, es ist komplett sinnlos, dass ich jetzt Flammenwurf mache. Aber ich habe noch nie Flammenwurf eingesetzt. Im ganzen Video. Deswegen. Wir machen jetzt einfach mal Flammenwurf. Was können wir sonst noch gegen Mewtwo nehmen? Nix. Also eigentlich können wir was nehmen. Ja klar. Wir könnten unser Giratiner nehmen. Und wieder mit Geist attacken. Wir lassen das jetzt hier durch. Der soll ruhig seinen Move machen. Schild. Heben wir uns auf. Wir holen unser Giratiner. Gehen auf Unheilböen. Der ist ja auch gut effektiv. Vom Schaden her. Er haut noch einen raus. Hat er wieder Eis? Ich weiß es nicht. Ich gehe auf Nummer sicher. Ich weiß nicht, wie viel sein Eis jetzt hier abzieht. Ob das mich komplett niedergemacht hätte. Dimiteros? Das ist ein Dampfwalze. Ist das jetzt ein Boden-Move oder ist das ein Gesteins-Move? Oder schaffen wir es zusammen, den zu besiegen? Je nachdem, was der macht. Würde ich jetzt fix hier wechseln. Weil er hat jetzt sein Move nicht voll. Würde den Rest von dem herausplätten. Er hat noch einen Schild. Aber das Schild ist mir gerade egal. Wir wollen einfach nur ein bisschen Schaden machen. Soll er ruhig Move an uns machen. Wir haben Eisenschädel voll. Er hat aber auch einen voll. Ich kann nichts abwehren. Ich dürfte es aber eigentlich überleben. Egal, was er macht. Oder? Dürfte ich das? Dürfte ich es nicht? Ja. Das sieht gut aus. Mach mal Eisenschädel hinterher. Wieso nicht? Ich habe noch nie mit Mewtwo in der Meisterliga gekämpft. Ich habe mein 100% Mewtwo auf Level 50. Aber ich habe noch nie damit gekämpft. Seins ist auch 4700. Das ist also auch ein Level 50er. Sonst wäre das nicht so hoch. Aber brauchst du nicht. Siehste. Togekiss gegen Mewtwo. Giratina gegen Mewtwo. Sogar Dialga gegen Mewtwo. Mewtwo kann nichts. Mewtwo wird von allem einfach besiegt und platt gemacht. Oh mein Gott. Ich hoffe, Giratina kommt irgendwann. Egal welches. Weil, selbst das Bebeinde, da kannst du ja XL-Bombombs für das Fliegende sammeln. Und dann, wenn das noch auf 50 ist, wer will mich da noch aufhalten? Ich schwöre. So. 3-8 gegen 3-7. Da bin ich wohl leicht im Vorteil. Aber was hat er für Attacken? Hat er wieder Antikkraft? Hat er Aeroas? Hat er sonst was? Ist wieder dieses LKW-Rennen. Ich darf zuerst mal gucken, ob er schildert oder nicht. Wenn er schildert, dann schildere ich auch. Wenn er nicht schildert, dann schildere ich auch nicht. Dann machen wir. Er hat geschildert. Alles klar. Das heißt, ich schilde jetzt auch. Sonst hätte ich nämlich gesehen, wie viel es abzieht. Aber nachdem beide Schilde weg sind, sind wir ja wieder auf dem gleichen Stand. Aber ich trotzdem irgendwie ein kleines Stück weiter vorne gefühlt. Er ist auch schon rot. Und er ist weg. Und ich habe noch was. Ja, lass ich das mal reigen. Da kann ich wenigstens in Ruhe gucken, was er hat. Kyokre. So, was habe ich gegen Kyokre genommen? Ich glaube, ihn hier. Dialga. Gut, gegen Dialga. Komm, wir setzen gegen Dialga auch mal Dialga ein. Wir sind ja wieder das größere, stärkere Dialga. Was will er uns also noch erzählen? Schafft er einen Move? Schaffe ich einen Move? Ich wehre einfach ab. Ich werde mir den normalen Quick Moves einfach niederringen. Werde meine Charge Moves mitnehmen zum Kyokre. Ich hoffe, das geht sich so aus. So, jetzt kannst du mit deinem Kyokre hier reinkommen. Wir machen mal Eisenschädel, um dir dein Schild rauszulocken. Oder um halt auf den Fisch zu klopfen. Je nachdem, was er macht. Schild? Nicht genutzt. Noch ein Eisenschädel? Mach doch Dragomedeor. Nee, das sinkt die Verteidigung und der Angriff und alles andere. Aber dann wäre es schon tot. Weiß ich nicht, was es dann ist oder was es dann macht. So, er lädt auf. Und jetzt kann ich wechseln. Dann wäre es ja besser, jetzt zu wechseln, bevor er den Rest von mir noch weg macht. Obwohl, ich bin ja eh tot. Was labere ich denn? Ich muss mir doch gar keine Gedanken machen. Ich bin doch tot, weil ich keine Energie mehr habe. Also brauche ich auch nicht wechseln. Muss jetzt nur sehen, schnell einen Move noch durchzukriegen. Und das müsste eigentlich reichen. Unheilböe müsste reichen, um dem den Rest zu geben. Und er ist weg. Haben wir noch Fische da? Gar keine mehr. Gut. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Da brennt sich immer irgendwas in meinen Kopf ein. Und das ist dann so eine Woche da. Und dann ist es plötzlich weg. Und keiner kriegt es mit. War glaube ich jetzt der was? Zweite Kampf. Gut. Wir drücken direkt weiter. Ace. Wir brauchen noch einen Sieg. Dann gibt es wieder Punkte. Ein Sieg. Punkte. Pokémon-Belohnung. Bäm. Was gibt es Besseres? Nix. 2, 2, 0, 3. Wann wäre denn der nächste Aufstieg? Ich dachte bei 3.000 ist das letzte. Was kommt dann dazwischen? 2, 5. Wenn ich jetzt 21 bin und 24 gibt es, da gibt es doch 22, 23, 24. Das ist 3, das ist 5. Und das andere ist was? Weiß ich nicht. Wir sind schon wieder bei unserem Bodenliebling. Das ist aber schön. So, was hat er für Moves? Jetzt habe ich es mir wieder nicht gemerkt. Feuerschlag. Und Erdbeben. Okay. Lass den ruhig drin. Wenn er jetzt wechselt, dann habe ich wieder ein Problem. Dann hat er den später nämlich immer noch. Also lass den ruhig da, wo er ist. Machst du doch einen Feuerschlag. Ja, mach den ruhig. Das macht ja auch keine Zustandsveränderung. Deswegen weiß ich nicht. Was hat er jetzt nichts besseres so vorgehabt, als dieses wilde draufklopfen und im Endeffekt jetzt hier eigentlich untergehen. Ist auch weg. Ich bin immer noch da. Gardevoir. Ja, die zwei geben sich jetzt richtig. Guckt euch das an. Geist? Psycho? Sehr effektiv. Aber auch wieder auf beiden Seiten. Aber das Gardevoir ist auch weg. War auch ein Krypto. Und er hat aufgegeben. Wie Roman Reigns. So, das heißt, Pokémon-Belohnung im Sack. Drei Matches im Sack. Punkte im Sack. Aber wir machen natürlich weiter. Denn vier von fünf wäre noch besser als drei von fünf. Das ist so logisch. Da musst du nicht mal lange drüber nachdenken. Wirklich, ich habe seit dem letzten Video, was ich gemacht habe. Ramses Minus. Habe ich gespielt. Und danach habe ich nicht mehr gespielt. Außer diesen einen Kampf, den ich dann machen musste. Also, wundert euch nicht. Es hängt auf jeden Fall schon wieder. Sack, Jan. Oh, jetzt bin ich. Da bin ich mal gespannt. Es ist nicht sehr effektiv gegen uns. Aber wir gegen es. 3829. Das dürfte sogar das 100er sein. Wir lassen es mal durch. Obwohl, na, der hat ja eine Fähn-Attacke, oder? Ja, die Hälfte ist weg. Deswegen, der Quick-Move ist Mist, ja. Aber dann kommt Knuddler. Aber gut, ich bin ja auch süß. Und deswegen, wenn man mich knuddelt, das gefällt mir ja. Und deswegen muss ich mir da jetzt keine Sorgen machen. Er hat auch ein Schild weg. Ich habe noch beide. Wenn ich jetzt mein Schild nutze, schaffe ich es sicherlich, mit den Quick-Moves ihn niederzuringen. Und mit einem vollen Charge-Move auf den zweiten loszugehen. Außer er wechselt. Aber er wechselt bestimmt nicht. Nein, geh weg. Er wechselt nicht. Ich habe noch Energie. Ich kann noch angreifen. Bring jetzt bitte einen Drachen rein. Oder was Metallisches. Obwohl, wenn er was Metallisches bringt und ich dann wechsel, dann wechselt er auch wieder. Es ist Evil-Tal. Ich bin wieder sehr effektiv. Also, ich glaube, Togekiss ist einfach das mächtigste Pokémon der Welt. Schade, dass man das jetzt nicht auf Level 60 gleich pushen kann. Das würde mir richtig gut gefallen. Das würde mir gut in den Kram passen, ja. Evil-Tal bleibt drin. Wir machen hier wieder unsere Moves. Er hat kein Schild mehr. Ich habe ein Schild. Ich werde mein letztes Schild auch hier für dieses Togekiss nutzen. Denn so wenig Schaden, wie er macht, müsste ich es ja schaffen, ihn zu überleben. Nein! Hätte ich den Charge-Move gemacht, wäre er weg. Ich habe gedacht, er fällt vorher um. Und ich kann zusammen mit... Und ich kann zusammen mit... Mit dem Charge-Move auf den nächsten Gegner. Und das wäre super gewesen. Denn jetzt haben wir ja wieder ein... 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 Ein Boden-Pokémon. Ach, ein Drachen-Pokémon. Und da wäre das sehr gut gewesen, wenn wir natürlich Togekiss hätten. Doof war es jetzt, dass er so schnell schon wieder Unheilböen eingesetzt hat. Denn hier wäre es schöner gewesen, auf Drachen-Move zu gehen. Obwohl, jetzt ist er auf. Ja, und wir fallen trotzdem um. Jetzt hat er seine... Jetzt hat er natürlich seine Boden-Attacken da. Die sicherlich schnell einsetzbar sind. Einen dürfte man fressen. Dann hoffen, dass wir mit dem Quick ihn noch... Okay. Wir haben auf jeden Fall eingefressen. Hätte ich davor mit dem Giratiner doch nochmal Unheilböen gemacht. Und wäre nicht auf... Hätte nicht gewartet, dass der Drachen-Puls voll wird. Hätte das, Knack-Krack, ja nochmal ein bisschen mehr Schaden gehabt. Gehabt, weniger Energie. Und vielleicht hätte das schon gereicht in diesen letzten Sekunden. Dass er trotz seinem Erdkräfte einfach tot gewesen wäre. Nach einem Endschlag von mir. Also das... Das ist mir jetzt nicht ganz so geheuer. Ich glaube, hätte ich da... Vorher auf Drachen-Puls. Und dann statt Drachen-Puls doch auf das, als es voll war. Hätte das das Blatt vielleicht gewendet. So habe ich aus Versehen Unheilböen gemacht. Statt Drachen-Puls. Obwohl der kein Schild mehr hatte. Und dann ging es anders weiter. Oh, er setzt auch auf Toggle-Kiss. Gut, dann lassen wir das jetzt wieder so drin. Ihr versteht, was ich meine, oder? Oder? Er hatte keine Deckung, gar nichts mehr. Ich hatte fast Drachen-Puls voll. Ich hätte den so einfach weggefegt. Aber es hat Unheilböen gemacht. Und dann war Unheilböen voll. Und anstatt einfach nochmal Schaden zu machen mit Unheilböen, wollte ich dann auf Drachen-Puls warten. Und so hat er mich vorher erledigt. Also... Ist ein bisschen doof gelaufen. Denn sonst wäre das bestimmt der vierte Sieg gewesen. Hier bin ich jetzt mal gespannt. Hier sieht es ein bisschen... Fallen wir vielleicht sogar beide um. Er fällt um, ich nicht. Komm, hol nochmal Dragoran rein. Da kann ich wenigstens noch einmal drauf schlagen. Dragoran, genau. Er hat es noch einmal reingeholt. Dann hole ich jetzt einfach meinen Dialga. Denn bevor ich jetzt mit Geist-Moves angreife die ganze Zeit, hole ich das rein. Das dürfte jetzt keine extrem krassen Moves haben, die mich direkt umfallen lassen. Drachenklaue ist okay. Dragomedeor, dafür war die Zeit viel zu kurz. Bis ich hier hinkomme, weiß ich nicht. Wäre ich lieber seinen ab und nehme den vollen Move mit zum nächsten. Aber würde nochmal aufs Giratina wechseln. Ich muss jetzt taktisch vorgehen. So Rischos, so Taktik so. Oder wen haben wir da? Ich wechsle jetzt aufs Giratina, egal was er hat. Und er hat auch Giratina. Jetzt können wir uns gegenseitig sehr effektieren. Ich komme mit meinen Unheilböen an. Hoffentlich macht er jetzt seinen Move raus. Hoffentlich setzt er jetzt sein Schild ein. Ne, macht er nicht. Ei, 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 ei. Was nimmt er? Spukball. Dann bin ich weg. Spukball. Bam. Ich bin weg, wie gesagt. Jetzt machen wir Drago Meteor. Was jetzt wieder total schwachsinnig war. Weil er setzt jetzt eh sein Schild ein. Und dann habe ich weniger Verteidigung und weniger Angriff. Also jetzt hätte ich vielleicht doch auf was anderes gehen sollen. Denn den Rest werde ich jetzt nicht schaffen, von seiner Energie niederzumachen. Und aha, wie soll ich mir denn schon wieder versauen? Hier Bruder, hast du gut gemacht. Da Eisenschädel. Mit mehr Verteidigung und mehr Angriff noch übrig. Und vielleicht den zweiten Eisenschädel durchgebracht. Hätte bestimmt funktioniert. Aber hat es nicht. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber es ist gut, wenn man sieht, was man vielleicht besser machen könnte, aber gar nicht wieder in die gleiche Situation kommt. Das ist dann ein bisschen doof. Wir sind bei 32 Minuten. Man könnte natürlich sagen, okay, wer sich 32 Minuten GWL anguckt, der guckt sich auch eine Stunde GWL an. So ist es nicht. Also wir könnten auch noch ein 5er Set dranhängen. Weil wenn ich schon einmal GWL spiele, dann ist es ja egal, ob das jetzt 5 Matches sind oder 5, 10. Es gucken ja eh nur wenig Leute. Und die wenigen Leute, die das gucken, die haben richtig Bock da drauf. Und die würden sicherlich auch gucken, wenn es nochmal 5 Matches mehr sind. Wir holen das jetzt hier also ab. Steigen noch ein bisschen. Okay. Sehr interessant. Wieder 4000 Staub. Jetzt bin ich rausgegangen. Warum auch immer. Und wir hängen noch ein Set dran. Komm. Wenn ich jetzt alles verliere, ich meine, 3 von 5, 3 von 5 musst du dich jetzt nicht unbedingt schämen. vor allem wenn du 2 immer durch Idiotie verloren hast und nicht durch gar nichts können. Aber ich weiß es nicht. Wir machen einfach nochmal 5 gegen einen Veteran. Jetzt weiß ich, das Veteran ist die nächste Stufe oder was? Oder wie? Oder wo? Jetzt muss ich trotzdem wechseln. Aber wenn ich wechsle, wechsle der auch. Jetzt macht er wieder gleich 10 Mal seinen blöden Steinhagel. Ich finde es jetzt schon zum Kotzen, dass der da vorne drin ist. Jetzt hat er den auch wieder am Start. Am liebsten würde ich jetzt schon aufgeben. Aber man muss ja lernen. Obwohl, was will ich jetzt noch lernen? Ich meine, komm Bruder, ich hole gleich die Alga rein. Dann kannst du zugucken, wie es wieder gerungen wird. Nein, der macht eh Lawine. Dann bin ich weg. Aua. Ich muss die Zeit überleben. Bis ich die Alga holen kann. Und so lange mache ich jetzt hier einfach Unheilböen immer lieber einsetzen, als mit vollen Moves unterzugehen. Es dauert aber immer noch. Und ich glaube, ich muss noch mal das nächste Schild immer noch einsetzen. Es wird sonst nichts. Ich hasse es, wenn Melmetal drin ist. Mann, kann man das nicht rausnehmen. Lass das mal weg. Spiel doch selber mit Melmetal. Nee, ich bin ein fairer Spieler. Ich benutze kein Melmetal. Ich reg mich nur immer auf, wenn jemand anderes Melmetal hat. So, da ist noch nicht mal einfach fabelhaft dabei. Komm, wir gehen jetzt mal kurz, wir wechseln jetzt mal hier drauf. Und, die Alga, wirst du das überleben? Das ist eine kleine Lawine. Du hast auch Stahl im Typ. Du darfst dir daraus gar nichts machen. Es macht sich ein Drittel was draus. Und da kommt Melmetal zurück. Und Melmetal hat bestimmt Kraftkoloss. Der will mir jetzt den Tag versauen. Wetten? Nee, ich habe Stein, Hagel. Ja, also, Kraftkoloss. Pff, weg ist es. Angriff, alles sinkt, dann kann ich ja, Kraftkoloss. Und weg. Ja, Steinhagel, meine ich ja. Mein Gott. So war das doch gedacht. Ich komme sogar dazu, noch einen Move einzusetzen. Ist das nicht schön? Er denkt sich auch, warum spielst du überhaupt noch? Du verschwendest unsere Zeit. Ich will weitermachen mit den ernsthaften Gegnern. Ja, Bruder. So, irgendwelche Tipps für dieses Match? Schreibt es mal in die Kommentare. Was? Wie? Wo? Wenn der am Anfang Melmetal hat, auf was hätte ich wechseln sollen? Was hätte ich nehmen sollen? Mit was hätte ich irgendwas gerissen? Oder war das schon von vornherein zum Scheitern verurteilt? Ich weiß es nicht. Hier, bis man da mal auf Flammenwurf kommt, das ist auch einfach nur die Hölle auf Erden. Steinhagel, du fliegst. Ja, jetzt beruhig dich jetzt mal hier. Mewtwo hat er auch noch am Start. Ein wildes Rumtippen. Links, links, links. Ach nee, ich will doch rechts, rechts. Rechts dauert zu lange. Ich gehe doch auf links. Nö, dann bin ich halt dran. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann mache ich halt meinen. Kannst du machen. Kein Problem. 4400er Mewtwo. Das ist nix. Aber es reicht alles aus. Vorhin noch gesagt, egal. Mewtwo ist einfach schlecht. Alles ist gut gegen Mewtwo, was ich habe. Und jetzt bringt mich Mewtwo auch noch um. Mewtwo sorgt für den entscheidenden Punkt. Das musst du dir mal überlegen. Hier, Atze ist wieder am Start. Ich muss mal mein Bein heruntertun. Das Krieg wird gar nicht mehr durchblutet. Vor lauter Togekiss. 38, 35. Da bin ich wieder guter Dinge. Mal gucken, wem zuerst schwindelig wird. Weil die machen ja alle rückwärts Saldo bis zum Umfallen. Wieso? Warum bin ich eher gelb geworden als er? Hä? Das verstehe ich nicht. Wir haben doch beide den gleichen Move. Wir machen doch beide den gleichen Unsinn. Und jetzt auch noch so. Dann muss ich jetzt aber auch schilden. Ernsthaft. Wenn er schildet, muss ich auch schilden. Er hat auch einen Eroass drin. Also ich... Keine Ahnung. Oder es liegt halt wieder an der Verbindung. Das kann auch sein. Beide sind tot. So, was nimmt man jetzt? Ich nehme natürlich Giratina, falls er was Metallisches hat. Ah, er gibt auf. Gut. Nein, er gibt nicht auf. Ah, hat Giratina. 3-6-3-6. Meins hat mehr. Hat er noch einen Dialga hinten drin? Also ich war zweimal jetzt von den WP besser. Aber das muss nichts heißen. Sehr effektiv. Er lässt einfach mal hier das drin. Das ist sehr gut. Das heißt, ich werde nämlich jetzt schilden und versuchen mit dem Rest Quick Moves ihn niederzuringen. Oh nein. Und wieder Mehlmetall. Ich hasse Mehlmetall über alles. Ich möchte aber auch nicht meinen anderen Hautdegen reinholen, weil der jetzt weiß ich nicht, wie es auch alles scheiße ist. Ist er jetzt rausgefallen? Hat er die Verbindung verloren? Macht er nichts mehr? Haben wir noch Bindungen da? Was ist denn jetzt? Ich glaube, das ist immer ein Zeichen, wenn du siehst, dass es 100 Jahre dauert, bis der Move wirklich eingesetzt wird. Das ist meistens ein Zeichen von irgendwie Verbindungen getrennt oder so und der andere kann nichts mehr machen. Das heißt, ich könnte jetzt ganz gemütlich hier, das ist, ich liebe GBL, guckt euch das an, wie ich einfach nur gemütlich ihn jetzt hier runterhau. er zurückkommt mit seinem Giratina, ja, er noch ein Schild hat, ja, GBL Bugfest, jetzt neu. Dauert halt alles, aber so könnt ihr gerne Melmetal, jeder der Melmetal hat, der wird sofort aus dem Spiel entfernt, wie ihr seht und muss sich dann besiegen lassen. Also nehmt kein Melmetal, seid anständig, nehmt eine fliegende Madel, die freut sich auch, auch wenn man es nicht sieht, dass sie sich freut, wegen ihrem komischen Helm, aber trotzdem, fliegende Maden sind Fetzen halt. Da fliegen die Fetzen und die Maden fliegen hinterher, hinter den Fetzen, also fliegende Fetzen mit Maden, fliegende Madenfetzen. So, ein verloren, ein gewonnen, sieht doch gut aus. Drei stehen noch aus, zwei müssen wir noch gewinnen. Solange kein Melmetal kommt, bin ich guter Dinge. Ich kann auch fünfmal das gleiche sagen, zehnmal das gleiche sagen. Das ist halt so. Warum macht man das Ganze nicht als Stream? Weil man sich dann nicht auf die Kämpfe konzentrieren kann. Wenn ständig einer schreibt, boah, ich kann mir das nicht mit angucken, oh, wechsel doch mal, oh, mach doch mal eine andere Attacke, nehm doch mal anderes Pokémon, ähm, warum spielst du der Luftgitarre oder so, oder zeig mal Nippel, irgendwie. Muss man einfach in Ruhe zocken, Gegner wird gesucht, Kampf beginnt gegen Unsichtbar. Finde ich auch sehr gut, dass man sieht, wer der Gegner ist. Hm. Das Ding ist, ich bin im WLAN. Wenn ich nicht im WLAN wäre, hätte ich trotzdem besseres Internet. Aber ich muss im WLAN sein, damit ich meinen Handybildschirm auf dem PC übertragen kann über, ey, Power Mirror, also. Neeeein, du blödes Scheiß, dreckiges, ich hasse dich, ich hasse dich. Jetzt warte ich und mache extra so lange, bis ich meinen Flammenwurf voll habe. Steinhagel. Ja, egal. Steinhagel. Ja, beruhig dich. Mann, ey, Melmetal ist das dümmste Pokémon auf der Welt. Steinhagel. Wow, und es ist halt so, keine Ahnung, so vielfältig, ja, also. Ich glaube, der will mich verbrennen. Der hat so lange Feuer geschürt. Ja, auf jeden Fall. Oh, Mann, der ist ja viel schlauer, als er aussieht. Steinhagel. Wie er wechselt. Will der mich, warum wechselt der jetzt? Weil er seinen Steinhagel zehnmal vollgemacht hat und dann kann er natürlich den jetzt mitnehmen und dann zurückkommen gegen den nächsten, weil was ist effektiv? Steinhagel. Einfach, weil man gegen alles, weil man auf alles Steine wirft und das muss dann einfach reichen. Das ist die Devise. So, Drache. Geist, Drache, Drache und weil wir kein Flug sind, macht uns auch das nichts aus. Jetzt kommt er bestimmt mit seinem hässlichen Melmetall zurück. Nein, und er macht er Steinhagel, dann ist es egal. Macht er Kraftkoloss, ich bin im Arsch. Ich schilde mal und ich wechsel mal aufs Giratina. Aha, Kraftkoloss. Ja, ich hole Giratina rein. Er macht natürlich nochmal, aber kein Steinhagel, sondern Kraftkoloss. Seht ihr, mein großes Hirn? Und jetzt wechselt er wie, jetzt hat er es zehnmal wieder voll gemacht, oder was? Und wechselt und nimmt es wieder mit. Wieso geht es so schnell bei dem dieser Muf voll? Ja, Ramses, du musst auf Drachenmoves gehen, die sind sehr effektiv, aber, bis ich auf den Drachenmoves gehen kann, dann hat er mich ja schon wieder umgebracht. So, lass mir ja wenigstens mal das Schild hier rausnehmen. Steinhagel. Nein, der nicht, der hat keinen Steinhagel. Knirscher. So, jetzt kommen wir und jetzt sagen wir, dich müssen wir jetzt einfach so besiegen mit ganz normalen Moves. Wir brauchen einen Chargemove, den wir auf das Melmetal machen und hoffen, dass wir zuerst einen Chargemove machen können. Den Knirscher kannst du dir sonst wo reinstecken. Eisenschädel ist voll und ich mach auch Nein, warum darf der denn zuerst Kraftkoloss. Es hätte doch nur den Eisenschädel gebraucht, der wäre weg. Stahl auf Stahl und das knallt rein, ich sage es euch, ihr Kinderlein. So, noch zwei Matches, zwei verloren, einen gewonnen. Wenn wir noch, wenn wir die nächsten zwei gewinnen, dann gibt es wieder die Pokémon-Belohnung, wir kriegen Punkte, wir steigen im Rang, schwimmen, Fahrrad fahren. Kennt keiner den Alexander Lobrecht, oder? Hieß es überhaupt Alexander Lobrecht? Nein, Felix hieß der ja gut. Das ist der Bruder bestimmt, Felix Lobrecht. kein Melmetal, obwohl ich ja jetzt weiß, bei Melmetal bleibe ich einfach drin und komme dann mit Giratina von hinten, bis er zehnmal Kraftkoloss voll hat. Ab jetzt habe ich keine Angst mehr vor Melmetal. Ich habe es jetzt rausgefunden. Ich muss nur schneller drücken, damit mein Ding vor seinem Ding kommt. Metagross. Hey, ich habe gewonnen, guckt euch das an, ich kann da einfach draufdrücken und er kann nichts machen, oh mein Gott. Ich wollte gerade wechseln auf Giratina. Nein, er macht Moves. Jetzt nicht mehr, gut. Gleich sieht man, dass ich keine Schilder mehr habe und komplett tot bin, oder was? Was ist das jetzt? Eigentlich ist er raus, aber irgendwie ist er nicht raus, weil er ist irgendwie noch drin. Okay, wir warten ab. Ach, Mewtwo. Und macht er Moves? Nein, macht er keine Moves. Nein, dann warten wir jetzt einfach. Das ist GBL. Das ist GBL. Jetzt kann ich mir einen passenden Titel aussuchen. Togge Kiss gegen Alle. Und Knackrack, guck dir das an. Also das ist GBL. Ich wusste gar nicht, dass rückwärts Saldos so verletzend sein können. Das war doch ein leichtes Match. Ich weiß nicht, was ihr habt. Mal gewinnt man, mal verliert man, wie ihr seht. Habe ich vorhin Pech gehabt, jetzt hatte ich Glück, ja, hat alles nichts mit können zu tun. So, Toggekiss Allein gegen Alle. Das ist der Titel. Ramses Minus, Toggekiss Allein gegen Alle. Und die die nur die erste halbe Stunde gucken denken sich was labert der drei Pokemon und das Toggekiss stirbt immerzu und dann muss er die anderen reinholen. Stehe ich nicht. Wer es bis hierhin geguckt hat, der weiß aber Bescheid. So, der hat aber jetzt gewechselt, ultra schnell gewechselt, viel zu schnell für meine Verhältnisse, deswegen kommen wir jetzt natürlich wieder mit unserem Giratina rein lassen jetzt hier mal seinen komischen der Macht bestimmten Sternenhieb Okay Da wär das Hahaha Naja du krieg schon wieder Hass auf alles und jeden So Unheilböhn Ja Aber ich hab bestimmt die Unheilböhn voll Wenn ich schilde um ihn zu töten bevor er mich und was anderes macht Ah egal ich Vielleicht wär's jetzt mit den Quick Moves noch gegangen aber wir wollen auf Nummer sicher gehen Außerdem vielleicht wär auch das zweite Schild weg Nimm da jetzt Knackrag rein Wir sind tot Gut Er lädt sich auf Wir nehmen unser Togekiss wieder Wechselt er trotzdem nochmal Er wechselt wieder Er geht auf Mewtwo wir lassen das aber drin trotz Mewtwo Weil wir eigentlich trotzdem gut sind gegen Mewtwo Müssten nur sein Schild noch raus loggen Also ich nehme erstmal meins und muss versuchen seins noch raus zu loggen wenn er sein Schild natürlich mit nimmt Obwohl er war ja eben dran also scheiß auf das Schild von ihm Wir müssen jetzt hier das Schild raus loggen damit er nicht mein mein Dialga dann schildet um selber irgendwie Erdkräfte einzusetzen also zack er schildet und jetzt muss ich ah wie dumm bin ich eigentlich wieso wechsle ich denn nachdem er schildet ich hätte doch wenn er sein Move gemacht hat schilden müssen ach wechseln müssen ja ihr versteht auf jeden was ich meine genau da war jetzt gerade ein Denkfehler ich hab gedacht gut jetzt hat er seinen Move gemacht jetzt kann ich wechseln und ihn weghauen gemacht ich hab doch mein Move gemacht und jetzt haut er mich weg aber er hat so viele er hat jetzt so viele Moves rausgehauen dass er keine mehr hatte und ich den letzten Funken verstand der übrig geblieben war mit meinem Toggekiss noch ausradieren konnte 50 Minuten 50 Dosen wie bei Flair und wir haben es wieder mal geschafft 3 von 5 gewonnen dank Toggekiss das hat einfach alles rausgerissen hier gibt es noch einen Hackstock zum mitnehmen Hackstock mit 1153 50 so 1 2 3 schön dass der keinen Stock im A hat und sich einfach fügt ja das ist wichtig denn es ist ein 96 96 96 kann weg wer braucht schon 96 Hackstock gibt es wenigstens ein Bonbon dafür achso ich muss jetzt hier die Belohnung noch abholen 2232 richtig krass oder das war es jetzt aber von meiner Seite aus gebt mal Feedback oder auch nicht macht einen Free Track oder oder auch nicht genau das war es von meiner Seite aus wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin Peace out vorhaut euer Ramses ich muss mal gucken wann ich das hochladen vielleicht Samstag vielleicht Sonntag so als Wochenend Ausklang und schön GBL bleiben ja Tongekiss an die Macht